200 Sekunden Baden. Herzlich willkommen zum Nachrichten-Podcast der Badischen Zeitung. Die Nachrichten am Donnerstag, den 25. Mai. Die Tottnauer Wasserfallhängebrücke wird am Samstag eröffnet. Die Brücke ist etwa 450 Meter lang und hat rund 5 Millionen Euro gekostet. Der Tourismus im Schwarzwald erhofft sich von der Brücke einen Schub. Bis zu 100.000 Touristen pro Jahr soll die Brücke anziehen. Die Bauzeit betrug neun Monate, rund 300 Menschen waren am Bau beteiligt. Die Hängebrücke wird für Tottnau und die Region völlig neue Maßstäbe setzen, so der Bürgermeister von Tottnau Andreas Wiesner. Kritik am Großprojekt gab es nur vereinzelt wegen des entstehenden Verkehrs und der Parkplatzsituation. Viele SC Freiburg-Fans passten am Freitag nicht in die Breisgau-S-Bahn. Nach dem SC-Spiel am Freitagabend gab es ein großes Gedränge in der Breisgau-S-Bahn. Am Gleis soll es zu gefährlichen Situationen gekommen sein. Die Situation sei nicht weit von einer Massenpanik entfernt gewesen. Beim Sportklub heißt es, man habe bislang nur wenig Rückmeldungen zum S-Bahn-Problem erhalten. Grundsätzlich entschieden die Verkehrsbetreiber in Eigenregie, wie viel Züge sie bei Heimspielen des SC Freiburg zur Verfügung stellten. Die Deutsche Bahn will das Problem in den kommenden Wochen intern diskutieren. Die Fassade des neuen Parkhauses in Neuenburg hat Risse. In der Stadt und in den sozialen Medien kursieren Gerüchte und Fragen. Etwa danach, ob die Fassade neu gemacht werden muss oder die Standsicherheit gefährdet ist. Die Stadt gibt jedoch Entwarnung. Es handle sich um kleine, im Beton normale Schwindrisse. Tragwerk und Standsicherheit seien nicht betroffen. Der Gemeinderat segnete am Montag Nachtragszahlungen an die Baufirma in einer Gesamthöhe von rund 1,1 Millionen Euro ab. Die Risse hätten damit aber nichts zu tun, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Höhere Masten sollen Funklöcher in Baden-Württemberg beseitigen. Die Mobilfunkabdeckung in Baden-Württemberg könnte sich bald verbessern. Der Landtag hat am Mittwoch ein Gesetz beschlossen, das den Bau vieler Anlagen beschleunigen soll. Durch die Änderung wird die Verfahrensfreiheit der Mobilfunkmasten erweitert. Diese war bisher auf Antennen mit bis 10 Meter Höhe begrenzt war. Künftig sind Mobilfunkmasten im Außenbereich bis 20 und im Innenbereich bis 15 Meter Höhe erlaubt. Auch Stationen, die mobil sind und nur temporär stehen, sollen beschleunigt werden. In Baden-Württemberg müssten bis zu 400 Masten errichtet werden, um die bestehenden weißen Flecken zu schließen. In der Gemeinde Heuweiler gewinnen besonders viele Menschen im Lotto. Immer wieder räumen Menschen aus der Region bei Lotterien ab. Mehr als 14 Millionen Euro flossen in den vergangenen fünf Jahren als Gewinne in die Region. Die Gemeinde Heuweiler traf es dabei am häufigsten. Statistisch gesehen hat der Wohnort jedoch nichts mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, im Lotto zu gewinnen. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen verschwindend gering. Beim Spiel 6 aus 49 wird die Gewinnwahrscheinlichkeit zum Beispiel mit 1 zu 140 Millionen angegeben. Das war 200 Sekunden Baden. Immer montags bis freitags ab 6.30 Uhr. Aktuelle Nachrichten rund um die Uhr gibt's auf der Website der Badischen Zeitung, badische-zeitung.de.